Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TurmschuhTV mit einer weiteren Review. First things first, Hikmet ist nicht unsichtbar geworden, er hat das mit der Zeitreise ja schon länger unter die Lupe genommen, aber all das ist es nicht. Hikmet hat einfach andere Termine und schafft es deshalb leider diese Woche nicht zum Dreh. Deshalb müsst ihr mit mir alleine Vorlieb nehmen, ich denke, das ist mal okay. Aber trotzdem machen wir es wie immer, gucken runter an meine Füße, da trage ich Diodora V7000 Taipan, ein gigantisch guter Schuh. Brudi Georg von Sneakerkult hat das mal ganz gut zusammengefasst, er hat das Ding komplett unterschätzt, bis er einen Manierfuß gesehen hat und dann gesagt hat er so, boah, der sieht ja gut. Ging mir ganz genauso, ich habe auch ein bisschen länger gebraucht für den Schuh, aber richtig, richtig, richtig gutes Teil. Soll uns jetzt nicht weiter stören, wir starten mal mit so einem kleinen Ausblick. Frühling ist ja auch immer gleichzeitig der Start ins Sommersemester und wenn ich mich da an meine Uni-Zeit zurückerinnere, ist das Sommersemester immer so die 3, 4, 5 Monate im Jahr gewesen, wo ich jeden Tag auf dem Campus rumgelungert habe, aber nicht eine Vorlesung besucht habe. Manchmal war ich auch betrunken. Naja, wenn man jetzt an die Universität denkt, Mensch, da startet jetzt ein ganz neuer Lebensabschnitt, da könnte man auch einfach mal ins Ausland denken. So ein Auslandssemester braucht man ja, wo will man dann hin, Harvard vielleicht, Yale vielleicht. Warum nicht an die University of North Carolina, die UNC? Da kommen ja natürlich tausend Absolventen, die da schon mal in den Kopf, aber einer ganz besonders, natürlich Michael Jordan. Und wenn man an Michael Jordan denkt, ja, was passiert dann? Dann denkt man auch direkt an sein hellblaues Uni-Jersey. Dieser Blauton, den sie da haben, der heißt auf der Universitätsseite tatsächlich Carolina Blue. Bei Nike ändert dieser Blauton gerade gefühlt wöchentlich seine Farbe. Nach dem Hellblau vom Columbia bzw. dem Legend Blue letztes Jahr sind wir mittlerweile bei University Blue angekommen. Ist aber einfach dieser hellblaue Farbton. Und ehrlich gesagt, scheißegal, wie das heißt, wir wissen ja genau, worauf es anspielt. Nämlich auf Michael Jordans Alma Mater, die University of North Carolina. Und die Jungs, die haben jetzt gerade den Champions-Title gewonnen. Vor ein paar Wochen ist die UNC Meister im College Basketball geworden. Und da kann man sich jetzt natürlich ganz viele tolle Fanartikel kaufen, die jetzt alle mit Champions-Branding unterwegs sind. Oder man geht auf das inoffizielle Tribut davon aus dem Jordan-Brand. Und das ist der Elva Jordan University Blue. Eben in Anspielung an die UNC. Der Schuh, Elva Jordan typisch, ich könnte es beschönigend sagen, aber doch eher ein Klotz am Bein. Also ich finde ihn sehr kompakt. Man hat immer so hier im unteren Bereich und im oberen Bereich, ich zumindest, eine leichte Druckstelle. Ich finde es nicht sonderlich bequem. Der Komfort durchaus ausbaufähig. Dafür hat sich aber mein jahrelanges Gemecker gelohnt, dass die Verarbeitung bei den Jordans nicht gut ist. Weil bei dem hier habe ich tatsächlich mal wieder nicht viel auszusetzen. Also Klebereste, hier unten an der Clear-Sohle sehe ich jetzt einen, aber das war es auch. Ansonsten sieht es ganz gut aus. Das Leder gerne bei den Jordans ja übermäßig strapaziert, sodass es halt gezerrt wirkt. So ein bisschen, als hätte man zu viel Druck drauf ausgeübt. Hier auch gar nicht. Das Lackleder hier vorne sieht ganz gut aus. Ehrlich gesagt, damit bin ich sehr zufrieden. Ich finde den Colorway, ich habe es schon am Fuß gehabt, nicht so 100% meins. Da bin ich dann doch eher so der Concorde-Typ, beziehungsweise der ein bisschen dezentere Typ. Dieses Blau, auch das Gold aus dem letzten Sommer, war nicht so 100% meins. Aber das ist, wie gesagt, Geschmacksfrage. Genauso wie es eine Geschmacksfrage ist, ob man die Elva Lowes mag oder die Elva Highs. Auch da gibt es natürlich unterschiedliche Befindlichkeiten. Ich finde einfach, dass der Schuh natürlich eine Legende ist. Und wer Bock darauf hat, hat mit diesem Schuh jetzt für 175 Euro morgen die Möglichkeit, sich ein bisschen Legende, ein bisschen Michael Jordan und ein bisschen Unicampus aus den USA an den Fuß zu holen. Und um euch jetzt mal zu zeigen, was ich damit meinte, dass ich ihn ein bisschen klotzig finde, schauen wir uns das Ding jetzt mal am Fuß an. Bis zum nächsten Mal. Der Elva Jordan University Blue ist ab morgen im Handel. Und damit ihr ihn euch direkt kaufen könnt, haben wir euch auch ein paar Links unten in die Infobox gepackt. Könnt ihr mal gucken. Wenn ihr ihn haben wollt, könnt ihr ihn euch darüber kaufen. Kurz zum Sizing noch eine Sache. Ich habe ihn True to Size getragen. Ich trage einen US 10 und bei dem habe ich die auch getragen. Das hat ganz gut gepasst. Das war unser Start ins Wochenende. Sag mal, wie er euch gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, von euch zu erfahren, wie er euch gefällt. Ob ihr ihn morgen kauft. Und dann sehen wir uns an diesem Morgen, von dem ich gerade gesprochen habe, wieder. Nämlich am Samstag mit den nächsten Videos. Bis dahin. Einen schönen Start ins Wochenende. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.